Ja, hallo und willkommen zurück zu Space Engineers. Ich teste mal direkt hier, wo der nimmt auf. Wunderbar. Wir sind wieder da. Nui ist auch wieder da. Du darfst jetzt gleich mal rausreden, warum er so lange nicht da war. Soll ich jetzt ehrlich sein oder willst du was Diplomatisches hören? Ist mir relativ egal. Äh, ich hatte zugegeben, da war es einfach. Keine Bock. Also sowohl das als auch einfach andere Sachen. Leben. Leben, das ist immer ein Poinsmen. Leben ist immer das Totschlag-Argument, ne? Ja. Okay, ja, dann fangen wir mal neu an, weil es gibt ja jetzt Planeten seit Ewigkeiten. Ganz neu, auch. Was nehmen wir denn? Wir nehmen auch wieder eine nackte Welt, ne? Also Habitable Planet, hier Star System, drei Planeten mit Monden. Ja. Oder nur ein Planet. Keine Ahnung, wie das dann auf die Leistung drückt. Müssen wir schauen, ne? Ich habe ja auch... Ja? Du hast einen, ja? Ja. Es wurde verschluckt vom Äther. Ach so, einen neuen Rechner, sagte ich. Äh, Freunde, Survival, erweitert. Was wollen wir denn? Also Survival, Inventargröße dreifach, Montageeffizienz realistisch, Weißgeschwindigkeit realistisch, maximale Objekte bleiben wir bei unserer geliebten 64. Das war die Zahl der Sachen, die rumfliegen können, ne? Ja. Okay. Oh, mit den Bäumen. Und Viecher, cool. Es gibt Viehzeug. Es gibt Viehzeug. Ja. Es gibt Viehzeug. Sichtweite. Oh, sieben Kilometer, leistungsfreundlich. Ich bleib mal bei 15. So, ein Tag. Wie lang soll ein Tag sein? Sagen wir mal eine halbe Stunde. Ja. Oder so Minecraft-mäßig, also 16 Minuten. 16 Minuten klingt auch okay. Dann kommt es halt ein bisschen mehr zur Geltung, ne? Ja, zumindest so in den Folgen. Aber ich glaube, ich mache mal 20 Minuten, weil wir auch um den Dreh immer eine Folgenlänge haben. Das ist immer eine Tag-und-eine-Nacht-Folge. Hä, nein, nein. Das ist der ganze Tag. Da müsste ich 40 Minuten machen, um das hinzuziehen. Ach so. Ja, nee, das ist doch perfekt. Dann immer so zum Morgengrauen hören wir immer auf und fangen an. Oh. Okay, also, Moment. Was willst du jetzt? Eine Tag-und-eine-Nacht-Folge abwechselnd oder jeweils einen kompletten Tag? Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Okay, dann sagen wir jetzt einfach 20 Minuten. So, dann wissen wir auch immer, wenn es dunkel wird, müssen wir ins Bettchen und die Folge beenden. Ja, das finde ich eindeutig. So, Sonnenrotation wäre dann natürlich auch zu empfehlen. Das lassen wir mal alles an. Mods habe ich, glaube ich, ach doch, da haben wir ja einige gehabt. Sind die denn noch? Ich habe nämlich nichts aktualisiert. Ja, das wird ja dann spätestens passieren. Oh, den muss ich natürlich, darf ich den in dem Display benutzen? Ja, klar, ist ne Mod. Welche denn? Was hatten wir denn? Wir hatten die Boarding, siehst du gleich. Wir hatten diese Interior Walls, das Big Gate, diese Interior Door, die hatten wir noch. Das hatten wir auch. Ich weiß nur, dass wir das alles möglichst auf so einem Teppich gehalten hatten, damit das halt nicht zu wild wird. Das hatten wir noch. Ja, die ganzen Star Trek Krempel haben wir halt nicht gemacht. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, wenn wir das nicht haben. Zwölf Mods haben wir jetzt. Okay. Ja, wie nennen wir die Welt? Wir nennen die Welt natürlich Let's Play... Landetary. Die anderen Welten sind nämlich leider, also unsere alte Welt ist leider futsch. So, jetzt müssen wir die Mods runterladen. Ich glaube, das schneide ich gleich raus. Ja, kannst mal. Ja, da sind wir. Die Mods musst du jetzt doch mal rausschmeißen, weil im ersten Versuch Space Engineers abgeschmiert ist, deswegen haben wir die Mods jetzt rausgelassen. Zu Kriegszeiten gehört zum Space Engineering auch militärisches Engineering. Ist das sowas ähnliches wie mexikanisches Abmunitionieren? Was? Mexikanisches Abmunitionieren ist ein Euphemismus für wild um sich ballern. Ah. Okay, wir sind auf jeden Fall im Spiel. Du kannst jetzt beitreten. Gucken wir mal. Ich bin hier schon in meinem kleinen Atmosphärenfahrzeug. Äh, zum Zuschauen einladen? Nee. Spiel betreten. Wieder beigetreten, so. Kann sich nur um Stunden handeln, denn, wie wir alle wissen, sauge ich mein Internet durch einen Strohhalm. Und zwar nicht diese klassischen fetten Strohhalme mit Knickröppchen, sondern diese kleinen dünnen Cocktaildinger. Echt, bei mir, wenn ich Cocktails trinken gehe, sind da immer voll die riesen dicken Strohhalme drin, die auch in Milchshakes immer drin stecken. Ja, das ist auch witzlustig, so einen dünnen Strohhalme einen Milchshake zu saugen. Weil das erste Milchshake-Molekül den Knall hart dicht macht. Boah, so ein richtig perverser McDonalds-Milchshake wäre jetzt auch cool. Obwohl das Geile daran ist ja, das ist einfach nur das Soft-Eis in den Becher gefüllt und da muss halt warten, bis es so weit geschmolzen ist, dass man es trinken kann. Also, mit Verlaub, ich kann mit McDonalds und geil in einem Wort, funktioniert nicht. In einem Wort auch noch? Also, das sowieso in einem Satz, funktioniert einfach nicht. Ach, manchmal muss man einfach so McDonalds-Pommes essen. Nein. Oh, doch. Definitiv nicht. Es schmeckt einfach nur Scheiße. Ich habe dem Zeug so abgeschworen, als auch diesem ganzen anderen Rotz. Und jetzt, wenn ich so in Situationen bin, so den ganzen Tag im Zug gesessen und ich brauche jetzt was zu essen, dann denke ich mir, gehe ich da hin? Ja, okay, gut, hast jetzt keine Alternative, dann beiß ich da rein, denke ich mir so einfach nur so. Boah, nee, hättest du doch lieber einen Hundehaufen aufgeweckt, ey. Das ist doch ekelhaft. Das ist aber sehr, sehr gemein. Nee, es tut mir leid. Wir haben natürlich ein Problem, sobald du in-game willst. Auf so einem Planeten sich zu finden, kann scheiße sein. Ich glaube, jetzt trittst du gerade bei, denn es ruckelt gerade. Ja, genau. Und ich glaube, ich sehe dich. Du fliegst in einem Würfel mit Düsentriebwerken durch die Gegend. Ja. Der ist blau. Der ist blau. Der ist blau. Der leuchtet sogar blau. Tja, wie stehe ich jetzt ein? Planetary Lander, Krankenstation, wieder Einstiegsschiff, kleines Bohrschiff, Rettungskapsel. Warte mal, wie geht das nochmal mit den Fraktionen? Das kann ich mir nie merken. Ich auch nicht. Du, ich glaube, das Spiel steuert sich über WASD, ne? Das ist... Du, ich bin sowas von raus. Ich hab keine Ahnung mehr. Also ich werde jetzt hier diesen Planetary Lander nehmen. Warte, warte. Ich lade dich erstmal. Ich habe jetzt eine Fraktion gegründet, der kannst du jetzt beitreten. Wenn du i drückst und dann Fraktion nimmst. Nein, kann ich nicht. Ich muss nämlich erstmal entscheiden, wie ich spawne. Genau. Probier doch Krankenstation, dann bist du vielleicht direkt bei mir. Wobei, wer weiß, vielleicht bist du noch irgendwo ganz woanders. Nimm den Planetary Lander. Das würde schon schief gehen. Wobei, ist das Liedereinstiegsschiff auch cool, finde ich. Das kann aber nicht auf den Planeten. Ja, dann nimm mal den Planetary Lander. Okay, na gut. Wir wollen doch hier die Neuerung sehen, Mann. Ja, okay. 95.000 Meter von mir entfernt ist ein Atmospheric Lander Mark 1 aufgekauft. Okay, du bist auf der ganz anderen Planetenseite. Temporäres Schiff. Es wird entfernt, nachdem der Spieler das Spiel verlässt oder in ein bla bla bla. Ja, ja. Wir müssen uns jetzt erstmal aufeinander zu bewegen. Ah, da ist ein kürziger Horizont. Atmospheric Lander. Ich glaub, ich seh dich. Ja, ich seh dich auch. Die Dinger sind übrigens absolut behindert zu steuern, weil die wirklich nur dazu gedacht sind, von oben nach unten zu kommen. Ich weiß nicht mal, wie ich die steuere. Die A-S-D. Ah, okay. Und C und, äh, Wert-Taste. Ja gut, ich bin halt wirklich hoch in der Atmosphäre. Das dauert jetzt hier so ein bisschen. Da ist die Stelle, wo ich hier bin gerade, eigentlich ziemlich geil. Also wenn wir hier uns treffen könnten, wo ich gerade bin. Wuckel. 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 Kann ich, wenn du jetzt mal im Ton abladen, anscheinend. Wenn du hierher kommen könntest, wo ich bin, das wäre jetzt schon ziemlich porno, weil 's hier eigentlich ziemlich cool aussieht. Wir treffen auch direkt zwei Klimatonen aufeinander, wie's aussieht. Ja ich hab hier grad so'n fetten Ausblick auf sowas wie n Gletscher oder ne Polkappe oder sowas. Ah. Und irgendwie hab ich das Gefühl, das ich nur sinke. Ja du kannst dich mit den Dingern wirklich nur sehr sehr schleppend vor oder zurück bewegen. Die sind halt kacke Ja, ich merke es schon Ich habe es auch noch nicht geschafft, die Dinger gescheit zu landen Es ist jedes Mal irgendwas explodiert Challenge accepted Aber ich sehe auch gerade, das ist wirklich nur eine Kugel mit Triebwerken dran Im Innenraum Viel Zeug Es ist quasi ein planetares Startschiff, da kriegst du auch erstmal ein paar Materialien So singt man also, verstehe Aber ich mag das mit dem kürzlichen Horizont, das hat Stil Es ist vor allem sehr hilfreich So als Orientierung Naja, ich meine, da wo unten ist, siehst du hoffentlich auch so Naja, ich schätze mal, das, was da unaufhaltsam auf mich zukommt, ist unten Um es mal so zu sagen Es ist tatsächlich aufhaltsam, aber Anscheinend wird man mit den Atmosphäre Gländer mit so einer Startgeschwindigkeit schon auf den Planeten geschossen Es ist relativ schwer, es der Gegenschufe zu geben Aber ich bin schon sehr stolz auf mich, ich wusste, dass V für die Außenansicht ist Und alt für die freie Sicht Erinnere mich an F1 Oh ja, F1 war auch eine tolle Taste Was macht die? Ah Komme ich da wieder raus? Escape, stimmt, oder? Aber du kannst auch nochmal, nein, einfach Rechts auf das X geht auch immer Ja, aber das wäre jetzt so leicht Ja Es hat sich eine Sache geändert, die dich theoretisch ziemlich abpacken könnte Das tut sie bei mir nämlich gerade Es gibt Planeten Nein, man benutzt jetzt Dinge nicht mehr mit T, sondern mit F, aber vielleicht ist das auch nur in meinem Tasten-Layout Boah, ganz ehrlich, ich bin sowieso gewohnt, dass ich von irgendwelchen wilden Tastaturkombinationen durcheinander gebracht werde Ich habe jetzt Fractured Space für mich entdeckt Was so eine, wie beschreibe ich das? Das ist so eine Art World of Warships, aber im Weltraum Davon habe ich mal gelesen auf Steam Also es macht echt Spaß, kostet ja auch nichts Und sieht auch richtig gut aus Ist ein bisschen buggy Spielmechanik ist sehr cool, also sind sehr dynamische Kämpfe Sehr, also immer was in Bewegung Wird nicht langweilig Ähm Du hast halt teilweise ein bisschen Leck-Probleme Aber Ja, da spiele ich Und ich spiele ja gleichzeitig Einige werden sich erinnern Sehr viel MWO Und da gibt es das Problem Das Fractured Space Schaltest du mit T auf In MWO ist T der Team-Chat Oh Und das Layout lässt sich nicht verändern Ja klar lässt sich das verändern, aber dafür bin ich zu faul Und Und ich kann hier gerade nichts mehr sehen, weil es hier viel zu dunkel gerade wird Stimmt, die Nacht umfängt mich auch hier gerade Naja, es führt jedenfalls zu diversen Verwirrungen Ja, das hat bei mir gerade das Problem Ich habe hier voll die geile Landzone eigentlich Aber ich kann sie nicht mehr sehen Licht Gibt es bei dem Teil, soweit ich das sehe, nicht Scheinwerfer keine Das ist schon eher dumm Aber ich höre luftrauschen Cool Oh, da sind so Bildschirme dran Fliegst du aber aus Cockpit-Ansicht oder was? Scouting Priorities Locator Source of Ice for Oxygen and Hydrogen Ja, ich muss dazu sagen Ähm Dass ich eigentlich in die externe Ansicht gewechselt bin Und gemerkt habe Als ich von außen durch mein Cockpit-Fenster geguckt habe Dass da Wildschirme sind Tja Bist ein Fuchs Ja, ich sag's dir Muni entdeckt die Welt Auf möglichst großen Umwegen Oh ja Das ist dein Motto Aber sowas von Ja, ich kann doch jetzt hier nicht 10 Minuten lang im Dunkeln rumhängen Du kannst ja wieder ein bisschen steigen Dann siehst du auch wieder Sonne Dann hast du eine auf Jojo Ach so, das war das Ruckeln Warte mal, ich stelle mir Autosaves aus Geht das hier? Die Autosaves könnten aber einem durchaus den Hintern retten, ne? Oh, hier funkelt irgendwas Ich komme langsam näher Ja, ja, aber ich muss halt um den halben Planeten rumfliegen Ja, und das sind diese unglaublich schnellen, flotten Ich schau grad mal, wie schnell ist der denn? Tempo 100 Meter pro Sekunde Das sind, keine Ahnung Keine 50 Sachen 50 Sachen um die Welt Könnte glatt ein Spielfilm sein Und wenn es nicht so schnell geht, könnte man daraus eine Trilogie machen Und gleich eine Heptalogie Ja, nein, nein, nein Heutzutage macht man eine Trilogie Und dann Äh Äh Äh, hast du grad gesagt 100 Meter pro Sekunde Entweder die letzten Teil auf einen Doppelfilm Macht damit also eine, was ist das dann? Quadrologie Quadrologie, genau Und weil es so erfolgreich war, macht man dann eine zweite Trilogie Und irgendwann, Jahre später, macht man dann noch eine dritte Trilogie Und hat man dann eine Trilogie von einer Trilogie Das spielst du grad auf Star Wars an? Ach Quatsch Oh, jetzt bin ich gestiegen Wow, die, die, die Höhen-Triebwerke sind entschieden zu krass dimensioniert Die muss man, die, die, die hätten man irgendwie schwenken können müssen Okay, ich bin irgendwie gelandet Äh, ich gucke mich mal um hier Ist das die Höhe? Ist das nichts explodiert? Sag mal, die Zahl unterm Fadenkreuz, ist das die Höhe? Das ist deine Höhe Äh, über dem Boden Ja, überm Boden halt Au Okay Die sinkt nämlich gerade rapide und das mag daran liegen, dass ich auf eine Bergschlüsse zufliege Ah! Jetzt bin ich fast abgesoffen Äh, ich schütze ab Äh, uncool Ja, nee, ich bin, es hat gerade, ich bin in ein Luftloch gefallen oder sowas, ich weiß es nicht Es hat plötzlich Plopp gemacht und so habe ich erstmal 400 Meter verloren Mir fällt gerade auch, dass das, was ich gerade vor hatte, total dumm ist Ich wollte eigentlich mein Schiff ausschalten, um Ressourcen zu sparen, aber dann siehst du ja nicht mehr, wo du hin musst Du wirst übrigens die neuen Türen mögen, es gibt nämlich neue Türen jetzt Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nutze die Höhen-Triebwerke für den Vorwärtsschub Die Dinger fliegen sich wie ein Hubschrauber, so muss das gehen Haken ist allerdings, dass die Bäume zwischendurch funkeln und das sieht immer aus, als wäre der Planet gewohnt Cool, wenn man jetzt Objekte aufsammelt, ist da nicht mehr so ein komischer Kasten um das Objekt, sondern das Objekt wird einfach selber farblich umrandet Ist schwer zu erklären, du siehst es dann Ich muss mal schauen, ob ich dich irgendwie finde Anscheinend haben sie da einiges getan Du kommst auf jeden Fall immer näher Ich habe gerade keine Ahnung, wo du bist Äh, du bist noch 40.000 Meter entfernt Also 40 Kilometer quasi Und ruckel, das heißt, ich werde gleich wieder abstützen Und ne Scheiß, es ruckelt zwischendurch immer und dann schmier ich immer fast ab Das ist absolut nicht cool Boah, ich will immer noch T drücken, um die Sachen aufzumachen, das finde ich gerade nicht cool Ich glaube, das ist bei mir das Speichern, Moment, ich mach das bei mir auch mal aus Sohn Na Quatsch, was mach ich denn hier Was ist denn das denn das Spiel? Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass das eine Server-Seite-Koption Ich seh's hier auch ehrlich gesagt nicht Gut, das ist bei mir gerade wieder Was ist denn hier der blöde Sauerstoff-Ding ist und warum verbrauch ich überhaupt Sauerstoff, das ist doch totaler Schwachsinn Den kann ich ja auch ausmachen Beziehungsweise der Planet bietet mir Sauerstoff, dann kann ich den ja anmachen und lüften Also ich muss auf jeden Fall in Höhe gewinnen für den nächsten Ruckler, der mich 200 Meter nach unten schleudert Aber das funktioniert ganz gut Gut, einfach dann mit den Höhentriebwerken, sich nach vorne neigen und dann Schub geben Anscheinend bin ich in etwa da gelandet, wo ich hin wollte, nur nicht so richtig Woraus ist das Schiff hier eigentlich? Tatsächlich aus einer schweren Panzerung Eiweiße Oh, etwas, was sich übrigens wahrscheinlich genauso ankotzen wird wie mich Und zwar, man kann über eine Man kann jetzt, das Jetpack benutzt jetzt Wasserstoff als Abtrieb Mittel Das leuchtet durchaus ein Ja, das Problem ist nur, dass du den super schnell aufbrauchst Scheiß auf den Spaß, Realismus Hier ist gerade irgendein komischer Hund drüber gelaufen Ein Hund? Ja Es gibt jetzt auch wilde Tiere, wie du schon in den Spinnen festgestellt hast Genau Unter anderem die Cyberhounds Cool Da gab's ja irgend so ein Spiel mit so Roboter-Dinosauriern oder sowas Das kommt demnächst Wie hieß denn das gleich? Keine Ahnung, aber ich fand's cool Ark? Meinst du das? Nee, Ark sind ja richtige Saurier Nee, das kommt erst und sieht um Längen besser aus als Ark Dabei ist Ark mit der neuen Unreal Engine Intimidiere Ja, aber das andere sieht nochmal So ein bisschen krasser aus Ich glaube, da geht gleich langsam die Sonne wieder auf Das hat schon mal einen Vorteil, dass wir gleich wieder was sehen Bei mir geht sie ziemlich schnell auf Kann es sein, dass ich gerade in die falsche Richtung um den Planeten fliege? Äh, nein, du näherst dich mir ja gerade Okay 30 Kilometer bist du noch entfernt Ich hab immer noch keine Ahnung, wo du bist Ich seh dich nicht Nicht, meine Antenne ist doch an Warte mal Ah, meine Funkreichweite ist nur auf 20.000 Meter Dann siehst du mich in 8 Kilometern Ja, ich fliege hier einfach weiter Es wird schon schön Ja, so grob zumindest Und jetzt gleich kann ich auch entweder gucken, ob mein Landeplatz hier passt Zumindest da, wo ich aufgesetzt bin, war schon mal Eis Das heißt, es ist zumindest grob richtig Ja, ich bin hier irgendwie in den Alpen gelandet So, quasi Naja, ich bin einfach nur etwas zu weit Hier ist so ein fäscher See Da muss ich mal Nein, das kann ich auch laufen lassen So, ich werde jetzt mal hier an der Ein bisschen eine gute Küstenstille irgendwo Also jetzt sieht man auf jeden Fall wieder was Der Herr sprach, es ward Licht Das Wort auf Das Problem ist, dass man am Anfang hier im Gegensatz zum Zum Asteroidenstart Das habe ich schon in diversen Versuchen rausgefunden Nur einen sehr begrenzten Aktionsradius hat Auf so einem Planeten Aber dafür ist es cooler Das ist richtig Boah, diese Atmospheric Länder haben so gar keinen So, in drei Kilometern Achtest du eigentlich auf die Zeit? Nur mal so am Rand Ja, ja, ich achte auf die Zeit Aber die erste Folge mache ich jetzt mal ein bisschen länger Weil die ja quasi erstmal zur Einführung Und wir müssen uns erstmal Moment mal Das gerade Klingelbild als Klingelturm Ich finde, dafür sollten die Zuschauer Ihr Zuschauer Ihn mal direkt ein bisschen auslösen Scheiße, jetzt habe ich ein Ohr Ich leidetwegen ein Ohrwurm habe So, hallo? Ich glaube, ich habe dich gefunden Ja, du müsstest mich jetzt sehen Du kommst mir jetzt auch deutlich schneller näher So, entschuldige mich Ich habe eine Frage War das gerade Jingle Bells als Klingelton? Nein, das war nicht Jingle Bells Was war denn das? Äh, das ist kein bestimmtes Jünger Das ist einfach mein Handy Okay Okay, das klang etwas kurz nach Jingle Bells Äh, ja So, 18 Kilometer bist du weg Das kommt in etwa hin, ja Ja, gut Dann bin ich jetzt im Anflug So langsam Also ich muss jetzt nur hier mal kurz um diesen Mächtige in Mount Everest rumfliegen Gibt es hier eigentlich auch eine Anzeige von wegen Höhe über Null? Nein Es sieht auf jeden Fall schon mal ganz töfte aus hier Ich glaube, dieses Mal habe ich auch eine Pouch Bessere Landung umgelegt Ja So klein als das Männ Dafür klingst du jetzt aber so, als hättest du irgendwie eine Libelle verschluckt Äh, was? Ja, beziehungsweise gerade eben waren so komische Störgeräusche Du wirst es wahrscheinlich später in der Aufnahme hören Ich war auch etwas weiter weg gerade vom Dienst Ähm Ja, aber Okay, so bist du da Nein Wow, wow, wow Ich habe die Auf... Ich habe schon wieder die Aufschaltung verloren Wo bist du hin? Hilfe Attack mit der Cyberrunde Ist deine Antenne kaputt gegangen? Ich habe... Ich weiß nicht mehr, wo du bist Das sieht tatsächlich so aus Ich sehe nämlich Also ich sehe natürlich mal Hilfe und so Aber es zeigt keine Antenne mehr Oh, wow Was ist denn hier passiert? Oh nein Hast du schon wieder alles kaputt gemacht, du hast Meteoriteneinschlag Letztendlich Sieht schwer danach aus Aber wenn du... Du bist immer noch in der richtigen Richtung unterwegs Ich bin fast an dir vorbeigeflogen Ich sehe ein... Es könnte ein Bergsee sein Ja, es hat genau meine Antenne rausgehauen Und ein Triebwerk Geile Scheiße, ey Wie das hier schon anfängt Wird langsam hier so eine alpine Rettungsmission Jetzt eine bekannte Position Ja, wie gesagt Hier ist... Es könnte ein Bergsee sein Ich bin mir nicht sicher Es ist einer Wenn wir auf dem gleichen Ort achten Ja, ich sehe dich Ich bin im Anflug Ich habe zwar keinen Kompass gerade hier Gibt es einen Kompass? Nö Ne Aber... Ja, der wäre echt hilfreich Aber ich sehe dich Die beiden Cyberhound-Leichen Kann ich dir nicht plündern Ist echt ein bisschen unkraftmäßig So, wenn mir noch von wilden Viechern angegriffen wird Jetzt ist der Ton ausgegangen Warum auch immer Ha, weil andere Höhe oder was So, ich bin jetzt quasi über dir Ja, ich sehe dich Dann versuch mal irgendwie hier zu landen Trickier als es aussieht Ich muss erst mal bremsen Hast du das Wasser oder was ist das hier? Das ist Eis größtenteils Okay Und man sieht, wenn man nach oben guckt Gerade schön den... Einen anderen Planeten Ich glaube, es ist ein anderer Planeten Sauerstoff ist knapp Will der mich veralbern? Ach, der Sauerstoff Wenn du nutzt es halt nur von deinem Schiff, oder? Der interne Hm Müsste ich ja gleich mal schauen, wie ich die Tür aufkriege Mit F? Nein, mit F steige ich Achso, du meinst im Raumschiff Ja, da musst du aussteigen Ja, da musst du aussteigen Ja, da kam schon wieder so ein Luftloch an Das war noch klar Ja, bei mir bedeutet das ab 200 Meter abwärts hier Wenn du mir einen Tipp geben darfst, drücken auf die 1 Jetzt kommt ein Autosave Dann drücken wir auf die 1, damit deine automatischen Landekunten ausgehen Und schalte die erst an, wenn du wirklich genau mit allen vier an den Boden berührst Dann stehst du mit einer auf dem Boden, die Auto verriegelt mit dem Boden Und du kommst nicht richtig raus, weil du so komisch schwebst Okay Du sollst die Du musst erst mal schauen, wie ich ausgerichtet bin hier Ah, ich kann ja raussuchen Ah, toll Ich merke gerade hier ist so eine komische Senke, da will ich gar nicht hin Es wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn du irgendwie ein Haar bei meinem Pfiff landest Achso, du sollst noch meiner Fraktion beitreten Eins nach dem anderen Ja, da sieht doch gut aus, so in Weid sanft absetzt Bremst, 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 andere Richtung Ohne Scheiß, die Kiste hat sowas von überhaupt keine Power nach vorne Rückwärts kann er richtig, aber Ja, es war zu weit Jetzt hätte ich Gegenwind hier Ich weiß tatsächlich nicht, ob es hier Wind gibt Es fühlt sich ein bisschen so an, weil rückwärts geht schneller als vorwärts Ja Komm, noch ein Stück, noch ein Stück Ich werde erstmal kurz mein Schiff wieder gerade ziehen Auch wenn ihr natürlich nach wie vor gilt, das Startschiff wird hinterher eh kandimalisiert Wann wird das so? Ausgeschlachtet halt Oh, ich glaube ich habe es, wie steige ich jetzt hier aus? E, ne? F Nein, F ist bei mir, Schub runter Dann drück F1 Normalerweise ist das, also früher war das auf T T ist es auch Dann habe ich anscheinend mein Layout irgendwie verändert Oder das Morde irgendwann verändert Und das hat bei dir nur deshalb nicht geändert, weil du ja nicht neu installiert hast Aber, Components, Storage These Carbocontainers hold basic tools Bla, bla, bla Cool, hier sind Mein Schiff steht schief Ja, hast du es denn verribelt? Ja Ja, dann ist es aber egal Hier steht das Schiff schief Weil Es hier auch in der Schräge steht Das hättest du mir echt erklären können, dass das hier ein Berghang ist Ich kriege immer noch keinen Sauerstoff Kann mir jemand erklären, wie ich den scheiß Sauerstoff anmache? Indem du J-Tragst erstmal Und das Jetpack vielleicht aus Äh 2 auf X Alter Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Knarre zu hier sieben Geh weg Er ist down Ah, er hat durchaus dabei 16 große Stallrohre Überhaupt nicht laggy Ich schwöre, das liegt an meinem WLAN-Stick Ernsthaft Vor allen Dingen, wenn ich laufe, dann schlägt er sich immer das Gewehr so gegen den Kopf Das sieht total scheiße aus Ähm Ja, jetzt kannst du auch in meiner Fraktion beitreten Das mach ich nochmal wie? Du drückst es auf I und dann auf Fraktionen Ah, ja Space Pirates Space Spiders Und let's play together Beitreten Bist du sicher, dass du in meiner Fraktion beitreten lassen möchtest? So, dann heißt es jetzt erstmal irgendwie Die Grundbasis zusammenzustellen Ich muss sagen, ich mag den Hügel da Von deinem Raumschiff aus gesehen links Ja, wow, ich rutsche gerade raus Wo bist du überhaupt? Ich bin wieder zu meinem Raumschiff zurückgelaufen Und hier wird schon wieder hart dunkel In der Tat Diese Atmosphäre Gländer sind ganz schön groß, kann das sein? Ja, sag ich doch So, erstmal wieder gewohntes Farbschema Ruckel, Autosave Refinery, Assembler Oxygen Ja, wir sollten Glaube ich anfangen mit einem Reden auf den Grundkonstrukt, ne Erstmal den Boden Wir sollten erstmal entscheiden, wo wir das hinstellen Den ganzen Schiff Das ist natürlich auch nicht falsch Wir können natürlich auch nochmal abheben und dann darüber düsen Denn wie gesagt, als Fuß ist das hier Doch etwas weit Weil ich mir nicht sicher bin, ob diese Schiffe schneller sind Ja, doch Also übrigens nochmal wegen deiner Behauptung 100 Meter pro Sekunde sind immerhin 360 kmh Echt jetzt? Ja Oh, Meteoritenschauer Wir werden sterben Ich werde mir das mal angucken Durchs Fenster Und wo überhaupt? Achja, wer kann uns ja gar nicht treffen Weil die Sonne ja gar nicht hier ist Ach stimmt, die kommen immer aus der Sonne noch, ne? Das ist gleich geblieben Ich hoffe Es regnet Was, es regnet? Ach, du meinst dieses komische Frieren Nee, das soll Das soll sowies wie Glühwürmchen sein Nee, die meinte ich auch nicht Aber Aber hier gibt's Gebüsch Bring uns ein Schreiberling Lieber Space-Engineers-Entwickler An euren Bäumen müsst ihr noch arbeiten Das sind, glaube ich, die selben Wie ist mir die Evil-Engineers Keine Ahnung Aber sie sehen aus wie Kaktusse Äh, Kaktien Oh nein Jetzt hat mein Schiff noch noch ein Vorwärts-Triebwerk Das ist so langsam Mein Schiff hat auch noch Hat ein Vorwärts-Triebwerk verloren Bei dem Meteoriteneinschlag Tja, verkackt Das ist so ungewöhnlich langsam Also, einigen wir uns auf diesen komischen Hügel? Ja, das klingt ganz gut So, ähm Externe Sicht Ich kann überhaupt Null sehen Hä? Das klingt Ich hab das voraus gemacht Was? Ich kann nicht abheben Äh, bist du sicher, dass du es auch wieder entriegelt hast? Ah, ja Nee, entriegeln muss ich natürlich auch ansehen Oh, ich hab irgendwie... irgendwas hab ich gewandelt Weißt du, wofür ich bin? Dass ihr einen... Eine Stelle nehmen, die halbwegs eben ist Die ist nämlich aufgeschrieben Oh, nein Neeein Was machst du denn da? Meine... Mein Cargo-Container ist kaputt Ich sammle das mal alles auf So weit möglich Ja, jetzt ist schon mein Inventar voll Ja, dann lad's bei mir rein Neuerth Ich bin gleich da Ich seh es Ja, geh mal da weg Ich kann nämlich aktuell noch nicht sehen Äh, du musst erst Dein Cargo-Container pfeilen Lass mich erst mal landen hier Ja, sei vorsichtig Ich meine, kann ich dir jetzt ein bisschen leuchten Warum sinkt diese blöde Potsau denn jetzt nicht? Ähm, probier's mal mit, äh, Freikheitsdämpfer abschalten Ne, warte mal, warte mal Okay, du hast da ein ruhigeres Händchen für als ich Das hatte ich schon immer Ja, das ist richtig So, ich bin gelandet Der Würfel ist gelandet So, mag ich Musik machen? So, ich bin gelandet, was ich mit dir teilen kann So, ja, äh Ich beleg' gerade, wie ich das einstelle Einfach auf irgendein Von Vollfeld klicken, dann alles markieren Steuerung A und dann mit meiner Fraktion teilen Ich? Ich bin die Space Starards, nee Hä? Achso, doch, Besitzer ich? Ja Mit meiner Fraktion teilen Jetzt geht's Das Schiff ruckelt allerdings des Todes Ja, ich merk' das schon Da ist ne Töle Oder so Ja, hier sind ganz viele davon Ja, dein Schiff ist schon etwas angedellt, ne? Ja Ach ja, übrigens, falls dein Äh, Wasserstoff ausgehen sollte Äh, den kriegt man jetzt auch bei der Krankenstation Mhm Aber das ging schnell Ja, die Energiezeilen sind brutal groß Und das Gewehr geht mir gerade hart auf den Kranz Spaß beinahe Dann packst du doch einfach weg Ach, übrigens, hast du eine lustige Neuerung, die dir bestimmt Wobei ich glaube, da kennst du schon, ne? Äh, dass die Äh, die Masse, die du bei dir hast Beeinflusst, wie träge du bist Ne, die kenn ich nicht Aber ist gut zu wissen Das ist halt so ein potenzieller Abfuck Ja, ich bin fast dafür Dann werden wir, also Wir haben jetzt immerhin schon mal Ich glaube, das war alles Äh, immerhin schon mal Und starten Den perfekten suchen wir dann noch Aber wenn ich jetzt gleich weg muss Ja, hier so auf diesem Hügel hinter deinem Raumschiff oder so Wie, du musst weg Ja, das war unvorhergesehen Aber, äh, ich muss zum Tierarzt Äh Oh Geht's dem Hundibundi nicht ganz so gut, oder was? Mein Hundibundi geht schon lange nicht mehr gut Das stimmt, das ist nicht mehr das jüngste Tierchen Nee, die ist vor allem schon tot Oh, das wusste ich gar nicht Krass Äh Das hab ich irgendwann mal Ist auch egal Das passiert wirklich nicht ins Let's Play Ähm Nein, aber Äh Ja, trotzdem, also Ich bin dann irgendwann gleich wieder da Denke ich Äh, ich hoffe, dass wir das noch kommen Ja, du, wegen mir Ich meine Ähm, ein paar Folgen können wir auf jeden Fall noch machen Ähm, ja Wie Machen wir denn das? Wollen wir dann, äh, die Schiffe langsam aber sicher auseinander nehmen Und dann dafür hier eine Plattform in den Bodenraum Ja, und jetzt ist gerade mein Jetpack ausgefallen Und da kommt schon wieder ein Hund auf dich zu Löde Scheißhöhle Ich hab keine Munition mehr Ich bin tot Oh, ich zieh mich mal schnell in dein Schiff zurück Boah, Alter Das ist schon, ja Wir sollten uns schnell einen Schutz vor diesen Dingern bauen Das heißt, wir bauen irgendwie ein Geschütztom an unsere Schiffe dran Das wäre vielleicht Komm her, du Scheißhöhle hier Komm mal her, du Boah, Alter Leute, an der Laufanimation mit der MP müsst ihr noch arbeiten Das ist totaler Rotz Schlimmste ist, man kann die Viecher nicht identifizieren als tot Und die fangen dann irgendwie an den Mond an zu jubeln Die lassen aber coole Sachen fallen Keine Ahnung Ich werde jetzt dein Schiff auseinanderschweißen und einen Grundstein setzen Okay Die lassen in der Tat sehr coole Sachen fallen Acht Motoren Wartet er hier mal dabei Er hat nochmal sechs Motoren Ja, egal Also ich lass das dann, äh Ich muss dann, wie gesagt, weg jetzt kurz Aber ich bin gleich wieder gleich Lass das hier vielleicht auch mal laufen Was heißt denn gleich? Boah Ja, du Ich reife, eine Stunde Stunde Ja, dann, ähm Lass mich noch kurz einen Grundstein setzen Und dann machen wir, äh, machen wir Schluss Passt das? Ja, das passt Ich nehme jetzt auch mal die Werkzeuge mit, die die fallen lassen Weil, ähm Da kann man die auch noch rückgewinnen Das soll nicht so viel Aber am Anfang haben wir ja gar nichts Also wobei Ich denke an der Inventar nicht überlaufen zu lassen Apropos Äh, so Ja, die war diese Dann Ist doch Leichte Panzer im Block Das ist ein guter Vorschlag Und Ach so, und du solltest den Helm wieder abnehmen Du wirst nämlich wieder mit Helm gespawnt Auf J Die Gesichter sind immer noch so plastikmäßig Du siehst vor allen Dingen aus, als hättest du gerade irgendwie gemerkt, dass du vor einer halben Stunde aufs Klo gemusst hättest Das ist so der Blick So, wenn ich jetzt 8 sage Hä, wie setze ich denn den? Hä? Äh, du musst erst eine Station starten Ach ja, genau Aber das hast du schon unten in dem Ding Solltest du das zumindest haben Auf 1 Ah, ich seh's, ja Okay So Warst du im Weg Geh mal außerhalb Optik hier Du spürst Ist das denn ein Hilfsblock, den du später wieder weg machst, oder? Ich seh den nicht Du siehst ihn nicht Ich liebe dieses Spiel Ich kann ihn auch nicht benutzen, er ist auch nicht da Liebe Zuschauer, ich möchte erwähnen, dieses Spiel sieht toll aus, ist aber scheiße Jetzt ist der Block da Ja, jetzt hab ich ihn nochmal gesetzt Ah, okay Okay, damit haben wir immerhin schon mal einen Grundstein, ist das Ah, das hast du jetzt gesetzt Das hab ich gesetzt Okay, dann konntest du aus irgendwelchen Gründen die Station nicht starten, aber wenigstens kannst du daran mitbauen Das ist schon eher kacke So, Naturschützer hassen uns jetzt, ne? Und diese tolle Wiese hier mit den Gänsebündchen kaputt machen Ja Aber, ich sage Scheiß drauf Mach den Regenwald platt Ersetzt ihn durch Stahl Hm Stahl Der mit Holzkohle angefertigt wurde Und Atromkraft Und dann ins Salzlager Aus Holzkohle Atromkraft aus Holzkohle Oh, ich hab Schaden bekommen Ja Musst du halt sehr stark komprimieren, damit da ne Kettenreaktion kommt Sehr stark Und da kommt der nächste Meteoritenschauer Ich glaube, wenn das geht, werd ich die lieber nochmal abstellen Weil jetzt haben wir grad Tag, das heißt, die könnten getroffen werden Weil je nachdem, wie realistisch das Spiel ist Wenn es, glaube ich, das Race Program mäßig ist Könnten wir beim Eintritt der Atmosphäre verküllen Aber guck mal bitte gerade Richtung Sonne Ja, tu ich Ich werde dabei Ja, ich sehe was, glaube ich, kommen Ja, aber Das ist relativ nah Ich meine, es müsste 15 Kilometer sein Denn höher ist die Sichtweite nicht Wir haben vor allen Dingen einen Mond, der sich gerade vor die Sonne geschoben hat Ja, aber es ist zu nah, nicht zu weit weg, um unser Fenster jetzt auszulösen Ja Ja, okay, ähm Ja, wir werden dann hier das mal weiter Aber im Moment, weißt du was Die Schiffe sind doch weg, wenn wir die jetzt Wenn wir jetzt aufhören, oder nicht Nein Das wurde mir aber so gesagt Okay, dann mach folgendes Setz dich in dein Cockpit und dann speicher ich Okay Das sollte hoffentlich klappen Temporäre Schiffe, es wird entfernt, nachdem der Spieler das Spiel verlässt oder an einem neuen Schiff wieder einsteigt Ich speichere jetzt einfach mal, ja Ja, speichern Okay Die Folge Das sind jetzt nämlich auch, also ich weiß nicht, dreiviertelstunde, so Ich gehe jetzt einfach mal in das Hauptmenü zurück Speichern nochmal Ich speichern, ja, okay, das Spiel ist vorbei Der Serverhorst hat das Spiel verlassen Äh In dem Zusammenhang werde ich nochmal schnell die Einstellung bearbeiten Ja Ja, dann, ähm Wir kommen nach langer Zeit Zu einem neuen Let's Play Aha Endlich mal wieder Die Cyberhounds sind ja praktisch durchaus Wenn man sich da wünscht Aber ich mach wie gesagt erstmal die Umgebungsfeindlichkeit auf sicher und das Autosave aus Ja, mach das mal Gut, dann Gehen einem hart auf den Kranz, muss ich sagen Vor allen Dingen, weil Also, dieses Spiel absolut nicht Shooter-tauglich ist Mit diesem Gewackel Ja, nicht so richtig Wobei das mit den Cyberhounds nichts zu tun hat Ja, aber die gehen mir trotzdem auf den Kranz Ich kann die nicht vernünftig zu kämpfen Ja, sie sind wahrscheinlich eher am Lag, aber ich werde das auch gleich nochmal ausmachen Ähm, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen Genau, Tschüss Tschüss